so hallöchen und willkommen zurück wir haben ja hier in der letzten folge diese area angelegt und haben dann ja so ein kleines verkehrschaos hier ausgelöst jetzt wollen die hier alle irgendwie über die brücke um zur autobahn zu kommen keine ahnung also ich werde jetzt mal hier noch eine brücke ziehen also von dieser kreuzung hier aus und 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 Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich die anschließe. Ich würde die Liebsten hier anschließen. Und weil wir ja immer noch Haufen Gewerbe brauchen, kommt hier jetzt noch Gewerbe hin. Ich weiß noch nicht, wo ich hier bin. Ich weiß noch nicht, wo ich hier bin. Hier muss auch noch ein Kreisel hin Oh Oh mein Gott Das erhöht die Qualitäten Okay Gut Gut Die Brücke hier scheint ja benutzt zu werden Gut Da wollen alle hier rein Wenn ich die Straße hier durchziehe Bei nur als freien Straße Die Ampel kommt hier aber weg Genau Die Zebrastreifen Das ein Paar jetzt quasi hier gerade ausfanden Hier reinbiegen Ja und Hier Stehen ernst Hier sollte ich So auffahren Mach dieser Autofahrer hier Der kleinste Die wollen mich doch verarschen Dann Nee Hier diese hier Diejenigen hier rumfahren So Gut Und sich das hier ein bisschen aufgelöst Die Brücke wird benutzt Gut Gut Okay Die müssten ja jetzt Mittlere Dichte und Gewerbe lassen Guck gerade Guck gerade Guck gerade Dichter Guck gerade Guck copy Guck Guck Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann haben wir hier... Hier nochmal einen Briefkasten hin. Die Kommunikation wird durch einen zweiten Masten nochmal verbessert. Gut. Hier haben wir jetzt schon ein Dings. So. Brauche noch etwas... Ähm... Wieso machen wir auf einmal nur noch... Ähm... Industrieförderung? Wau, 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 wieso... Wieso fördern wir die Industrie? Äh... Äh... Hä? Hä? Was ist denn das? Industrieförderung? Hä? 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 Also warte... Also warte... Bau... Also... Die Bauhausindustrie... Die Bauhausindustrie... Muss 12% Steuern zahlen... Aktuell... Wie alle anderen auch... Wie alle anderen auch... Und kriegt... Dann... 200 Millionen von uns... Wieso denn das? Was ist denn das? Was ist denn das für ein Kack? Hä? Wieso denn das? Wieso denn das? Wieso denn das? Wieso denn das? Wieso denn... Wieso denn das? Ja, ja,... Ich weiß nicht, was das war... wir haben sehr fett miese gemacht bis gerade und ja wir werden jetzt eine ganz dicke straße nehmen und hier so ziemlich gerade bis hier führen wo wir jetzt hier eine dicke leun industrie knallen wir haben bedarf danach haben und ja hier auch noch die switch con waren können genauso wie eine öl raffinerie passt ja noch gut perfekt nachfrage ist erledigt gut mülldeponie verfügbar karl wieso ist animal yes Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, das haben wir. Was ist das hier? So, Lagerkapazität und mehr Müllwärten. Mehr Müllwärten brauchen wir ja nicht. Wie ist das denn jetzt hier dieses... Ja, okay. Strom sieht auch noch alles gut aus. Wasser auch noch. No, wir brauchen auch hier einen Katastrophenschutz. Bunker. Bunker. Oh, hier in der... Kein Katastrophenschutz hier. Oh, Schande. Über mein Haupt. So. Ja, hier. Ja, hier. Schatzlicht hat hier wegen der Ampel. Kommt die Ampel weg. Okay. Okay. Hier startet sich das immer noch. Okay. Hier startet sich gar nichts mehr. Hier ist die Tankstellenallee. Nur Tankstellen. Ja, Spiel. Äh. Ja. Weil ich glaube, wenn ich das hier sehe, ist das alles noch niedriges Gewerbe. Das ersetzen wir mal durch... Woher ist das? So. So. Jetzt können wir direkt nochmal... Da haben wir nämlich wie immer ein paar abrissen Gebäude. Leider. Wo hier? Wo? Ja. Da sehen ein Gebäude mehr abgerissen. Oh. Boah. Hier drei Stück. Das ist kein gutes Zeichen. Für eine Stadt. So. Hier ist eine Ampel. Oh. Weg. Um. Um. Alter, what the f- Ähm So, geht wird jetzt, finde ich So Hier kann nur In die Stadt eingefahren werden Kurzer Prozess jetzt Oh, the size of ghost balls Ja, viele Verkehr und Lärm Was viel Vermögen Okay Untertitelung. BR 2018 Oh. Ja. Müssen die halt hier drehen. Hä, aber wieso fährt jetzt hier so wenig ab, verstehe ich auch nicht. Hm. Fahren irgendwie nur Müllautos ab. Okay. Vielleicht sollten wir mal überlegen. Hm. So. 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 So.